Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Alter, was ist los mit meiner Stimme? Zu einer weiteren Folge Wimmelbild an diesem Wochenende, eine Woche ist wieder rum. Und der Hootspawner war wieder sehr aktiv, er hat wieder was für uns Tolles bereit gehalten. Ich zeige euch was es ist, heute mit einem wirklich außergewöhnlichen Exemplar, Moment. So, hier guck mal, boah, der kriegt gar nicht ins Bild rein, so, toller Hut, der soll uns heute Glück bringen. Vielleicht kann ich die gerade so auflassen, so, weil er ist nämlich schon schwer und fällt bestimmt leicht runter. So, ein bisschen weiter ins Gesicht, damit die hier Balance etwas mehr gehalten ist. Und wir sind wieder zurück, da ist eine süße Katze, die können wir leider nicht anklicken, schade, schade. Wir haben das letzte Mal drei Kristalle erhalten, drei rote, um genau zu sein. Und wir wissen auch, wo wir die einsetzen, beziehungsweise wir brauchen die, um einen Drang zu brauen. Und das können wir hier tun, hier oben in den Baum, hier Tuten tun, in dem Baumhaus, hier setzen wir die drei Kristalle ein. Alter, so einen Mixer bräuchte ich auch mal zu Hause. Das wäre cool. Haben Ventile drin und wir erhalten irgendwas ganz Tolles, was ich nicht weiß, was es ist. Ein leuchtender Treibstoff, genau, und den Trichter. Und dann ist die Frage, da fehlt jetzt noch eine Zahlenkette, genau. Dann ist die Frage, können wir jetzt schon zu diesem Zeitpunkt eventuell durchaus hier dieses komische Ding daneben? Das da? Nehmt mit. Ah, okay. Da hatten wir doch einen Plan. Wir gucken mal schnell ins Tagebuch, was der Plan uns sagt. Um den leichten Lichtspeier in Gang zu bringen, brauche ich ein Gerät, das die Verwandlung aufhebt, einen Trichter und etwas leuchtenden Treibstoff. Das haben wir doch alles. Bauf. Okay, wir setzen das Entsteinerungsgerät ein. Zack. Den Trichter. Den Trichter. Zack. Und den leuchtenden Treibstoff. Und wir erhalten den Lichtspeier. Was für ein episches Gerät. Jetzt geht's ab. Können wir kurz noch vielleicht vorher mit dem Opa quatschen. Komm, wir testen es mal an dem Hund, ob das Ding auch funktioniert. Ha, hm, das hat nicht funktioniert. Schade, schade. Lichtspeier, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Meme. Kennt ihr das? Wo so eine gezeichnete Figur so einen Regenbogen so auskotzt oder speigt. Daran erinnert mich dieses Wort. Ja. Ja, Lichtspeier Hamba. So, Freunde, macht euch bereit auf massenhafte Action. Es geht los. Oh, ganz schön geblieft. Jetzt haben wir es aber doch getroffen. Das Ding wird zurückkehren, sobald es wieder zu Kräften kommt. Aber wir müssen uns beeilen und auf das Schiff am Ende des Tunnels zu kommen. Das Schiff bringt uns auf die große Insel. Und dort wirst du deinen Freund finden. Freund ist doch mein Mann. Was ist los mit dir? Wir haben den Lichtspeier, haben wir immer noch. Nehmt wieder einen Eintrag ins Tagebuch. Wir haben die Kreatur verjagt, aber sie kann jederzeit wiederkommen. Wir müssen das Schiff schnell erreichen und auf die Insel fahren, auf der Team festgehalten wird. So, wir haben... Es irritiert mich, dass wir da immer noch Sachen machen können. Aber wir gucken, wir gehen mal ans Pier. Ach, der große Gott, der Opa. Was ist denn hier los? Hallo, hier sind die Steine in der Maske. So, komm, Libelle. Hallo. Hallo. Well, hier sind wir. Jetzt, was werden wir mit dem Nebel machen? So, da wären wir. Aber was machen wir wohl mit dem Nebel? Da ist dann jetzt mal nicht so viel gefurzt, Opa. Nicht so viel Boden gefressen. So, Libelle, auf geht's. Nimm den Nebel. Du bist sicher nicht vorbereitet. Jetzt weiß ich, wie du es durch all diese Trappen im Tempel gemacht hast. Haha, du bist wirklich gut vorbereitet. Jetzt wird mir klar, wie du es durch die Fallen im Tempel geschafft hast. Huch, huch. Alter, habt ihr gesehen, wie schnell er gelaufen ist? Ist das Flash? Hm, um an Bord zu gelangen, musst du erst den Ballast wegräumen. Du kannst dafür den Kran benutzen. Ich stelle derweil sicher, dass dieses Schiff seetaglich ist. Aha, da kommt, guck mal, da versteckt er sich, der alte Sack. So ein Idiot. Was ist denn hier los? So, komm, bisschen Wild rumdrücken. Das ist eine Kombination. Mir fehlt die Kombination. Wir können Wild machen. Das machen wir zuerst. Das können wir immer ganz gut. Und, oh, das ist ja cool. Wir brauchen ein Schiffsschloss. Kartoffel, was ist das? Kartoffelkäfer. Tja, liebe Kinder, jetzt wird es spannend. Wisst ihr überhaupt, wie ein Kartoffelkäfer aussieht? Was war das? Schiffsschloss, aha. Eine Gabel, ein Tuch. Was ist das? Kanone. Messerglocke brauchen wir auch noch. Da ist die Glocke. Ist das das Tuch? Messer. Was ist das da? Genau. Eine Axt. Verdammte Axt. Die Schere. Genau, eine Harke. Damit wir in den Garten harken können. Eine Möwe. Die brauchen wir nicht. Die Zahl 5. Die brauchen wir auch nicht. Hm. Eine Spinne. Was war das? Die Fellflasche. Genau, der Kartoffelkäfer. Der macht mir noch ein bisschen Sorge. Der müsste doch eigentlich bei den Kartoffeln sein. Genau. Ist ja das da? Die kleinen Eugler, die da rausgucken? Nein, da muss ja irgendwo anders sein. Das Vieh. So, Tuch und Axt. Da ist der Kartoffelkäfer. Genau. Stiefel. Die müssen hier irgendwo noch versteckt liegen. Die müssen wir erst noch freilegen. Da ist ein Spiegel oder irgendwas. Eine Pfeife. Da bist du zu sehen hier oben. So. So. Ähm. Hallo. Da ist die Axt. Ist das das Tuch? Da war irgendeine Faust. Genau. Huch. Ah, der Stiefel wurde aus dem Wasser gefischt. Wir brauchen jetzt noch die Hake und ein Tuch. Aber ein Tuch kann ja so viel sein. Ist das das Tuch? Genau. Na gut, das wäre ja für mich ist das eher ein Schal. Und jetzt brauchen wir noch eine Hake. Da ist ein Anker. Das ist die Hake. Yes. Was bekommen wir dafür? Gefunden. Schiffsschloss. Sehr schön. Da ist noch irgendwas. Ich komme nicht an das Schiff heran. Ich musste erst die Fracht beiseite räumen. Mit dem Hilfspeier. Ah, da hinten können wir das Schiffsschloss einsetzen. Und. Zack, zack, zack. Erhalten. Erhalten. Ein Bild. Aha. Scheinbar behalten sie Hunde anhand von Markierungen im Auge. Die Markierungen sehen aus wie die Symbole auf dem Schloss. Ich vergaß immer zu den Kot für die Schalltafel. Daher habe ich den Markierer meinem Hund als Kot. Oh Gott. Die haben. Der Kont, der Typ oder Frau, keine Ahnung, konnte sich nicht merken. Der Hut fällt langsam zur Seite. Er konnte sich nicht merken, wie der Kot in der Schalltafel war. Also hat er seinen Hund eintätowiert. Was ist los mit euch? Und wir halten was? Ist das ein Rasierer, ne? Haarschneider. Ja, so ähnlich. Okay. Alter, das Spiel, das macht mich fertig. Ich habe Hunde in dieser Welt alle... Langsam. Scheinbar haben Hunde in dieser Welt alle spezielle Markierungen. Sie sehen aus wie die Symbole auf der Schalltafel des Krans. Ich muss den Hund nur etwas Fell wegrasieren, um an den Kot zu gelangen. Das ist ja wunderbar. Jetzt wissen wir... Oh, da liegt was. Hätte ich fast übersehen. Das letzte Zahnschloss. Da liegt noch etwas Garn. Ich komme nicht ganz heran. Okay, vielleicht später. Ich wusste, dass irgendwas mit den Leuten hier falsch ist, aber... Beziehungsweise, dass wir mit dem Hund noch was machen können. So, Hund, zeig mal her. Der erzählt, ob der sich von unserer... Ah, guck mal. Da kann man es sogar sehen, da. Solange der Hund nicht schläft. Kriegen wir noch einen Schlaftrank von dem. Komm, wir setzen uns erstmal die Zahlenkette ein. Die war, glaube ich, auf dieser Seite, soweit ich das weiß. Alter, dieses Spiel, das ist ja Wahnsinn. Wird immer verrückter. Zahlenkette. Also, drehe die Zahlenketten, bis die Nummern mit dem Code über der Tür übereinstimmen. Wähle eine Kette aus, um sie zu drehen. Sieben. Fünfzehn. Vierzig. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Was bekommen wir dafür? Der Schlaftrank. Wir vergiften den Hund. Jetzt kann ich den Hund mit dem hellen Hühnerschenkel beträuben. Gut. Ah, wir können hier noch genau was nähen. Machen wir bestimmt noch später. Der Hund, der geht hin, wo er will, ne? Der soll mal da bleiben, wo ich gerade ihn hätte. So, Hund. Komm her. Hier. Fressen für dich. Drübergeleckt. Du sollst es. Jetzt musst du nur noch die Flanke des Hundes rasieren. Schnell. Das ist so lächerlich. Endlich habe ich den Code für die Schalltafel des Krans. Auf dem Hund einrasiert. Ich habe keine Worte mehr. Nun habe ich den Code für die Schalltafel des Hundes gefunden. Jetzt muss ich zurück zum Pia. Das war es doch noch nicht. Pia. Nochmal Wimmelbild. Kommt, machen wir gerade nochmal. Äh, Schiffsschraube. Wo ist denn die versteckt? Die ist dahin. Huch. Ach, das Kleeblatt. Boja, Hai. Hier ist irgendwo ein Hai. Wahrscheinlich im Wasser. Da ist etwas im Wasser. Seht ihr? Da ist ein Hai. Ich wusste es. Känguru. Papagei. Banjo. Banjo habe ich vorhin beim letzten Mal schon gesehen. Wo war denn das Ding? Da hinten. Genau. Ein Becher. Ein Krebs. Ah, die Eukleine. Ah, ja, ja, ja. Was ist das? Ein Barometer. Genau. Das hätte ich sofort erkannt. Ah, da können wir rausziehen. Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Alter. Noch mehr Wimmelspaß. Da ist der Hai. Hallo. Die Schiffsschraube. Eine Boje. Matratze, Becher. Was weiß ich. Papagei. Papagei. Griff. Schlagring. Der war hier. Genau. Matratze. Becher. Matratze. Das fällt einem doch auf, wenn man sowas sieht. Oder? Die ist ja normalerweise groß. Das ist, das ist der Becher. Genau. Jetzt fehlt uns nur noch die Matratze. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das? Das ist nicht die Matratze. Hä? Hallo. Matratze. Ich möchte mit dir tanzen. Da hinten zusammengerollt wie ein Teppich. Ah, ja. Gefunden Griff. Was ist das für ein Griff? Ah, ja. Die Codes. Genau. Einmal. Zweimal. Ich brauche einen Hebel, um dies zu aktivieren. Den Griff haben wir. Wir kommen aufs Schiff. Nur die Frage ist, wollen wir da schon hin? Ja, komm, was soll's. Was ist hier los? Aaron, hilf mir, diesen Verrückten, den Schraubenschlüssel abzunehmen. Warte, ihr zwei kennen uns? Äh, Moment. Äh, ihr kennt euch? Sicher, ich habe den Doktor zu Clarice gebracht, aber er behauptet, ein solches Gift nie gesehen zu haben. Er hat eine Blutprobe von ihr genommen, aber die Ergebnisse kommen erst in ein paar Tagen. Ich bin ihr gefolgt, um dir bei der Suche nach Teamen zu helfen. Er ist der einzige, der Clarice helfen kann. Ich glaube, ich weiß, dass ich diesen Verrückte weiß. Es ist eine Antidote in der Wissenschaftler-Tower, aber es ist nicht viel Zeit. Wir müssen das Schiff schnell reparieren. Der Konsequenz, ich werde das Steirung reparieren. Warum nicht die Steirung reparieren? Oh, und versuche, uns ein Licht zu finden, damit wir nicht auf den Boden gehen. Ich glaube, ich kenne dieses Gift. Im Turm des Wissenschaftlers gibt es ein Gegengift. Schnell, die Zeit drängt. Wir müssen dieses Schiff schnellstmöglich reparieren. Der Schiffsmeister und ich werden das Steuerrad instand setzen. Flecke doch das Segel. Oh, und denke daran, ein Licht zu finden, damit wir nicht auf Grund laufen. Oh, er verschwindet. Was, er versteckt sich? Ja, versteck dich nur, du alter Hasenfurz. Schäm dich. So, was haben wir hier? Einen Haken. Da ist doch noch was. Ah, das kaputte Segel. Genau, wir haben ja noch die Nähmaschine. Ich muss das gefliegte Segel hissen. Wir müssen die Spule einsetzen, bevor wir ihn... Spule und Speer. Okay, da hinten liegt noch was Interessantes. Zum Segel ist es so dunkel. Der Lichtspeier könnte uns helfen. Dann setzen wir den noch einfach ein. Zack. Das ist schon geil. So Ding hätte ich auch gern. Jetzt ist es etwas heller, aber uns fehlen noch zwei Sachen. So, wir gehen mal zurück. Die Nähmaschine war im Baumhaus, glaube ich, oder? Ja. Dann mach mal. Zack, zack, zack. Schon ist das Segel wieder fertig. Wir gehen wieder zurück. Können wir hier jetzt überhaupt noch irgendwas machen? Hier können wir, glaube ich, gar nichts mehr machen. Stimmt, da war noch die Spule. Die können wir mit dem Haken holen. Zack. Yes, gefunden. Spule, nice fun. Eins, nice move. So. Genau, hier setzen wir die Spule ein. Zack. Und das Segel. Zack. Und geniss. Now, we can set sail. Oh, jetzt bin ich gespannt. Na, ist doch klar. Wir haben es nach der Island. Oh nein, warte. Oh nein. Jump into the lifeboat. I'll cover you. Come on. Jump. Take these notes. They'll help you find the Scientist Tower. Just in case anything happens to me. No. Nein. Don't worry about me. Just find a way to disable the gate. Sorge dich nicht um mich. Ich finde einen Weg, die Barriere abzuschalten. Na gut. Ah, guck mal da. Da können wir wieder die Libelle fliegen lassen. Giftigen Fürze loszuwerden. Genau. So, was liegt hier? Wir bekommen... Durch den Kabelschach kann ich vielleicht den versteckten Kontrollraum für das Tor erreichen. Oh, vielleicht wieder die Kamera einschalten. Das wäre sehr von Vorteil. Wir bekommen ein Seil. Da ist ein Kreuz für mein Schlüssel. Da kann ich nicht öffnen. Da liegt noch unser Kopf rum. Ah, da kommt ein Horn. Genau. So, was ist da hinten? Ah, da los. Hm, diese Drähte blockieren. Ja, ja, zum Timmel. Zum Timmel, ja. Zum Tunnel. Müssen die Drähte irgendwie abbekommen, abziehen. Keine Ahnung. Oh, guck mal. Das sieht echt cool aus. So, mit dem ist nix los. Ah, ein Bibelbildchen. Das machen wir doch noch schnell. Kaputtes Weinglas. Das sind wohl die Überreste von unserem Bötchen, mit dem wir gerade gekommen sind. So, hier war eine Hand. Da, die Shitkröte. Wir bekommen eine Säge. Eine Notiz. Schraubenzieher, Pfotenabdruck, Kieferknochen. Das ist zwar ein Knochen, aber kein Kieferknochen. Das kaputte Weinglas. Genau. Zahl 26. Genau. Libelle. Mein Lieb... Oh. Ein Pfotenabdruck. Da ist die Libelle. Lotusblume. Das ist keine Lotusblume. Ja, das ist die Lotusblume. Kieferknochen. Wie haben die hier in dem Spiel einen Kieferknochen eingefügt? Wie mag der wohl aussehen? Der Hai, der ist da unten ganz klein. Pilze. Das ist doch die Notiz, oder nicht? Oder ist die in dem Brief drin? Das ist schon wieder der Schlagring. Was ist los? Ah, da ist der Kieferknochen. Genau. Schraubenzieher. Das Herz. Habe ich sofort gesehen. Da ist ein Vogel drin. Oh nein, der ist gefangen. Pilze. Wer ist hier drin? Ah, das sind die Pilze. Okay. Ah. Da ist wohl die Notiz drin. Ich denke, wir werden diese Notiz auch bekommen. Und ein Schraubenzieher zum Schluss. Hallo? Kleiner Schraubenzieher. Das da? Das ist ein Schraubenzieher. Seltsam. Gefunden. Säge. Sollen wir damit jetzt die Kabel durchsägen, oder was? Aber, Freunde, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir beenden diese Folge an dieser Stelle, denn die Zeit ist leider, leider wieder um. Aber nicht verzagen. Morgen kommt die nächste Folge. Mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs immer noch dabei sein. Wir werden morgen an dieser Stelle weitermachen. Dann werden wir mal sehen. Vielleicht können wir mit dem Kabel, was sehr dumm wäre, äh, mit der Säge, was wirklich sehr dumm wäre, da hinten die Kabel durchsägen. Das mag doch keiner. Macht doch, macht doch keiner. Das ist auch kein gutes Beispiel für die Kinder, die hier zuschauen. So, ich bedanke mich. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zusehen.